Du bist für 57 Prozent des europäischen Bruttoinlandsprodukts verantwortlich. Du sicherst 70 Prozent der Arbeitsplätze in Europa. Du bist zu 100 Prozent das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Du sicherst die Zukunft. Die IT ist das Herzstück jedes Unternehmens. Wir pflegen Blacklists, entwickeln Schutztechnologien, forschen und generieren Wissen aus Milliarden von Daten. Für dich. G-Data – Cyber Defense Services. Wir schützen den Mittelstand.